Jetzt hat mir der Gia gesagt. Hier wohnt ein Mann, der hat viele Geflüge und so. Da soll ich mal ein Video machen. Mal gucken, hier ist das wohl. Er hat ihn jetzt gerufen und wir sind jetzt hier an der neuen Straße. Wie man sieht, alles schon neu gemacht. Da ist der Gia und ja, ich weiß jetzt nicht, ob er da ist. Keine Ahnung. Zumindest ist der kleine Hund schon da. Hallo Hundi. Ja, das ist der gute Mann. Und hier geht es schon los. Die Kleinen. Mal sehen, was uns hier noch alles erwartet. Das ist jetzt sehr spontan. Ah, da sind ja richtige Farben da hinten. Warte, Lippe. Das ist Ack. Das ist Ack. Da ist Ack. Ja, Ack. Ack, Ack, Ack. Ack, Ack, Ack. Ack, Ack, Ack. Ack, Ack. Ack, Ack, Ack. Boah, du hörst die die? Was? Ach, Ack. Guck mal wie groß die Hände sind. Hahaha, ha ha ha. Ack, Ack, Ack. Ich hier alles. Hä? Nein? Nein, nein? Nein, nein. Das ist geil. Gar rotz. Geil rotz. Hahaha. In der Koffe. Ja, das ist ein Koffe. Hahaha, ha ha ha. Was ist das ein Koffe? Ach, ich habe die Koffe gemacht, das ist ein Koffe. Ein kleiner Typ. Perlehuhn, glaube ich. Das ist gut. Perlehuhn? Nein. Das ist gut. Genau. Der Kroße? Das ist ein Tidi! dysfunction habe ich die geboren, aber was? Ich habe die geboren. Habt ihr die großen Hähne gesehen? Was ist das für eine Sorte? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich kenn die gar nicht. Also ich kenn mich auch nicht so mit Geflügel aus, ehrlich gesagt. Oh, das ist Kleber. Dann die Nächsten. Weißt du die? Hey! Hier, hier. 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 Guck mal, wie groß die sind. Die haben so geile Füße mit so Federn drüber. Richtig geil. Und da drüben die kleineren. Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Der nächste stolze Hahn. Danke, Herr. Ah! Alex, wer ist Badawa? Iii! Er ist Badawa. Er ist Badawa? Er ist Didi? Ja, 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 ja. Ah! Äh! Mehr. Das ist geil. Orikatsu, Jams. Ori. Ori Samikatsu. Ich hab gerade gesagt, da können drei, vier Männer dran essen. Also ich hab zwei gesagt. Er sagt vier. Ich hab zwei gesagt. Ich hab zwei gesagt. Ah, Badawa. Boah! Guckt euch mal die an. Wie groß die sind. Ich muss echt mal nachgucken, was das für eine Rasse ist. Ich kenn die gar nicht. Ich lass die auch in Ruhe. Gänse, denk ich mal. Aber was für eine Rasse? Weiß ich nicht. Boah! Ja! Es ist... ... die, die! Es ist... Schön! Ja, richtig cool hier. Es war jetzt mal ein spontaner, interessanter Ausflug, muss ich sagen. Wenn wir dran vorbeigefahren sind. Ja, so ein... ...einfach nur so ein Huf hier und ein Putti. ... den ich noch gar nicht kannte. Es war noch eine Ente zwischendurch. Und... ... und... ... und... ... und... ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein trocher Das ist ein trocher Das ist ein trocher Mach du mal, das ist dir nicht egal Das ist ein riesengroßer Feigenbaum Guck mal wie groß der Feigenbaum ist Eine kleine Katze Er hat noch Angst Wollt sie gerade anlocken Hallo Das wird dann die Mutter sein Das ist RT2 RT2, ah, ein Monat ist alt Ein Monat Lomistawa Lomistawa? Batiki Batiki Läon Achso, ein Löwen Ein Löwen Nein, wir brauchen eine Katze Wir brauchen eine Katze Das ist ein Video Jetzt ein Video Hier ist ein Katze Der Katze Der Katze Der Katze Der Katze Der Katze Maske Wer ist der Katze Test Eins Wie ist der Crisis Detalle Die FedUN Der Katze Tschlä Herr vor allem Was für ein zufälliges Video, ich glaube das kann ich fast ungeschnitten hochladen. Einfach mal so zwischendurch. Es ist Rotapelli RT12? Nein. Es ist RT12? Es? Es ist es. Es ist ein Schwanes. Es ist ein Schwanes. Es sind Geschwister. Es sind alle so einen Monat alt. Es ist ein Schwanes. Es ist ein Schwanes. Hier ist es. Das ist gut. Es ist gut. Es ist ein Schwanes. Guck mal die Füße an, guck mal die Füße an! Ja, so leben hier halt Mensch und Tier zusammen und das ist in der Stadt jetzt hier quasi, in Putti. Ich habe gerade gesagt, dass einige von unseren Hühnern gestorben sind. Ja, leider ist das so. Er erklärt Ihnen das jetzt gerade? Matloppa, Didi Matloppa. Also, bis später. Es war ein schöner Einblick hier in so ein typisches georgisches Haus bzw. Hof. Bis später. Ciao!